Hi Leute, ich bin's der Philipp mit F und willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video. Eben kam gerade von der DHL ein Päckchen an. Machen wir das mal auf. Spannung steigt. Ausgehüllt mit diesen Dings-Teilen da, diesem Plastik-Teil. Und drin war ein kleiner D-Camcorder, sondern von BPR, Business Portable Recorder. Ein in einer Papphülle mit integriertem Magnet verpackter. Spionage-Kulie, also ein Kugelschreiber mit Kamera. Nur mal zur Anmerkung, er kann nicht schreiben. Also, es war in einer Dings hier verpackt, in einer netten Verpackung. Hier haben wir die Kulie. Dann gibt's hier noch einen 10 Euro Gutschein. Irgendein Fotodings und eine ziemlich spärliche Anleitung. Also, Kulie, bim, bim. Hey, bleib hier, so. Das war drin. Die beiden Kulies waren hier in so Plastik-Teilen. Und verpackt in einer Schaumstoff-Ding. Ich weiß auch nicht, was das ist. Irgendwas Weiches, damit es nicht kaputt geht. Pack- und behalte ich, ist nämlich auch magnetisch. So, Gutschein weg. Anleitung weg. Zum Kulie. Also, das ist nur Fake, sag ich jetzt mal hier unten. Das ist der Unterteil. Das ist das Oberteil. Der Kulie ist gleichzeitig ein USB-Stick. Da werden die Filme drauf gespeichert. Wie kann man das sehen, denn die Kamera ist hier. Da ist die Kamera. Ja. Über den Clip. Hier oben ist ein Knopf. Das hier unten ist Fake. Ich kann ihn hier zusammenschrauben. Im Endeffekt sieht er dann so aus. Also, Kulie hat 8 GB. Das war mein erstes Unboxing-Video. Das ist wahrscheinlich ein bisschen scheiße geworden. Ich habe halt auch ein bisschen scheiße gelabert. Aber egal. Review kommt gleich später nach. Das stelle ich jetzt erstmal auf YouTube hoch. Ciao. Ich bin's. Der Fülle mit der Front-Bretzenzone. Und da oben. Vielen Dank.